Ein herausragendes Spiel gemacht, auch heute wieder, Marvin Knoll. Unsere Janelfast, der Dummstadt, ist der Stolz unserer Region, steht für Leidenschaft. 60 hilft das sowieso, alles nichts mehr. Und jetzt macht er Schluss, die Partie ist aus. Jan Regensburg ist zweitligist, 1860 München zum ersten Mal. 24 Jahre wieder auf der Hans-Jakob-Tribüne, stehen wir fest hinter dir. Deswegen ist guter Tor, das Philipp Räckchen, und geht da ran, das Stadion da. Es ist vor uns, unsere Liebe, ja du bist mein Verein, liebenslang heilt die Neue. Dortmunds-Einstöße und Elfmeter, den Schweinsteiger nicht wird, das ist die Sache von Alibas. Nächste Chance, und was für ein Stahl! Wiederhain, unglaublich! Und das für immer, mein Verein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020